Axel, in Camtasia habe ich ein Bild eines Notebooks eingebunden und da hätte ich jetzt gern, dass ein Video direkt in den Bildschirm des Notebooks läuft. Jetzt ist der Notebook aber leicht verdreht. Das heißt, ich kann dir nicht einfach nur das Video darüber legen. Ja, Markus, da gibt es eine einfache Lösung. Zeig mir doch mal deinen Bildschirm, dann zeige ich dir schnell, wie das geht. So, die Lösung dazu heißt Ecken ziehen. Das Bild hast du ja schon in der untersten Spur importiert. Jetzt zieh doch mal einfach das Video, was da auf dem Laptop-Bildschirm laufen soll, auf Spur 2. Und jetzt hast du oben, oberhalb von dem Vorschau-Bild, hast du vier Schaltflächen und die zweite von links, die heißt Ecken ziehen. Und das ist der neue Befehl. Und wenn du darauf klickst, verwandeln sich die Ecken in etwas andere Anfasser. Und jetzt kannst du einfach diese Ecken verwenden. Bevor du anfängst, würde ich immer noch die Deckkraft ein bisschen runter regeln, damit du den Hintergrund durchscheinend hast und so ein bisschen siehst, was du machst. Und dann ziehst du einfach die Ecken an die Ecken von dem Bildschirm. Dann die Deckkraft einfach danach wieder hochdrehen. Und wenn du das Ganze jetzt abspielst, dann siehst du, läuft das Video entsprechend in deinem Hintergrund. Und das Hintergrundbild musst du natürlich so lang verlängern, wie du auch das Video hast. Genau.